Du hast oft Kopfschmerzen, das ist echt unangenehm. Wir erklären dir, was du besser nicht tun solltest. Und das ist immer nur eine Kopfschmerztablette nehmen. Setz dich so wie Joanna und zieh mit gebeugtem Arm den rechten Schulterbereich runter, dreh den Kopf 45 Grad nach rechts, greif mit der linken Hand über den Kopf und zieh den Kopf nach vorne, unten, links. Dann merkst du hinten rechts eine starke Dehnung, mach das zwei Minuten. Und immer wenn es nachlässt, so wieder weiter rein dehnen, dass es gerade noch gut erträglich ist. Und das gleiche machst du dann auf der anderen Seite genauso. Und die gleiche Übung im Ausruhen quasi kannst du auf unserem Nackenretter machen. Wende mal den Kopf 45 Grad nach rechts bitte und lass dich rein dehnen. Und das gleiche machst du auf der anderen Seite wie auch bei der Übung. Du hast Fragen zur Übung oder zum Nackenretter? Dann stelle sie bitte einfach in den Kommentaren.